Die Pfarrkirche Die Fassade aus Lecceser Tuchstein spiegelt die barocken Regeln des Ende des 18. Jahrhunderts wieder. Sie ist nämlich mit zahlreichen kunstvollen Friesen verziert. Über dem graziösen und imposanten Zentralportal zwischen zwei Nischen mit den Staduen des Heiligen Antonius Aspadua und der sogenannten Palmen Madonna steht die Stadue der Schutzpatronung des Dorfes. Die Stadue des Heiligen Antonius war früher in der alten Kapelle der Aragonenfestung und die Stadue der Madonna stand einst auf der Via Roma. Die große Fassade hat einen Giebel mit dem Stadtpappen, auf dem eine Palmen zu sehen ist. Das Innere besteht aus einem einzigen Kirchenschiff und hat ein wunderschönes Terengewölbe. Das gesamte Gebäude ist mit feindekoriertem Stück verschonert und mit Seilracken, Seitenaltäre verziert. Der Marmorne Abtaltar wird von Gemälden des Künstlers Nicola Castelluzzo auf dem 19. Jahrhundert jubberakt, die die Apostel Peter und Paul darstellen. Auf der inneren Seite der Fassade hängt eine kolossale Leinwand, die dieser bekannter Vertreibung der Händler aus dem Temple Jerusalems darstellt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Amen.